Der FC Schalke 04 erzielt Sport 1 Berichten zufolge eine grundsätzliche Einigung mit Wilson Isidor von Lokomotiv Moskau. Der 22-jährige Franzose fühlt sich beim Klub unwohl und möchte deswegen gerne zu Schalke wechseln. Jetzt muss sich S04 lediglich noch mit dem russischen Klub einigen, damit der Deal final über die Bühne gehen kann. Im Gespräch ist dabei eine Laie mit anschließender Kaufoption. Dem Bericht zufolge wollen die Schalker diesen Deal unbedingt über die Bühne bringen. Es ist damit zu rechnen, dass die Verantwortlichen von S04 bei diesem Transfer hartnäckig bleiben, um den Trainer Thomas Reis den Wunsch zu erfüllen, eine Verstärkung für die Außenbahn zu verpflichten. Reis selbst bezog auch schon Stellung zur Personalie, indem er sagte, ich kenne diesen Spieler, er hat auf jeden Fall eine sehr gute Dynamik. Solange der 31. Januar noch nicht vorbei ist, sind wir dran, den Kader punktuell zu verstärken. Wir werden sehen, was machbar ist, ob das nun diesen Spieler betrifft oder einen anderen. Ich wehre mich nicht dagegen, wenn wir noch jemanden dazu bekommen. Interessant an der Stelle, Isidor hat Lokomotiv zugesichert, keinen Gebrauch vom Sonderrecht zu machen, dass ausländischen Spielern in Russland aufgrund des Krieges erlauben würde, den Vertrag auszusetzen, um das Land zu verlassen. An der Stelle sei aber auch erwähnt, dass Wilson Isidor nicht nur auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann, sondern sich ebenso in der Zentrale wohlfühlt. Nicht, da Schalke noch einen weiteren Mittelstürmer bräuchte, aber ich denke, man sollte die Option zumindest mal nicht verschweigen. Naja, für mich stellt Isidor auf jeden Fall eine der besseren Alternativen dar, die Schalke bekommen kann. Er bringt ein solides Tempo mit, ist aber kein Flitzer. Dafür ist er sehr wendig und bringt eine gewisse Athletik mit und mit 8 Scorer-Punkten in 17 Pflichtspielen kann man auch über seine Torgefahren nicht meckern. Zumindest bin ich davon überzeugt, dass er ein Upgrade im Schalke-Kader darstellen kann. Man muss halt immer noch bedenken, dass Schalke keine Heizbringer verpflichten kann. Aber ich denke, Wilson Isidor ist eine solide Option. Sollte er denn jetzt die Tage wirklich auf Schalke aufschlagen, können wir gespannt sein, wie er sich machen wird. Eigentlich kann es ja nur bergauf gehen. An der Stelle jetzt die Frage an euch. Wilson Isidor, kann er der Schalke-Offensive Leben einhauchen? Schreibt mir gerne mal eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Am Research clergy. 取 armä dragged royalty. Ich muss mich sehr nimplin. Bij Stadt Sitak, we sebelum Game,